In sehr guter, ruhiger und grüner Lage Billstedts, direkt am Schlemer Park, befindet sich dieses ansprechende, rotverklinkerte Mehrfamilienhaus im Schlemerweg 15. Im Jahr 1981 wurde dieses gepflegte Gebäude errichtet und beinhaltet zehn gut geschnittene Mietwohnungen mit je zwei, drei oder vier Zimmern. Die Wohnungen im Penthouse verfügen über eine sonnige Dachterrasse, die Etagenwohnungen über große Westbalkone und die Erdgeschosswohnungen über schöne Terrassen mit teilweise Gartennutzung. Eine moderne zentrale Gasheizung ist genauso Standard wie ein vielfältiges Kabel-TV-Programm und schnelles Internet. Im Gebäude befinden sich zehn Tiefgaragenstellplätze. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es problemlos auf der Straße. Das Beste an dieser Immobilie ist die wunderschöne grüne Lage, direkt am Schlemer Park, welcher zu Spaziergängen einlädt. Das Stadtteilzentrum Billstedts mit der Fußgängerzone Möllner Landstraße, dem Wochenmarkt sowie das beliebte Einkaufszentrum Billstedtscenter sind bequem in fünf bis zehn Minuten fußläufig zu erreichen. Bushaltestellen befinden sich nur wenige Minuten vom Grundstück entfernt. Der zentrale Omnibusbahnhof und die U-Bahn-Haltestelle Billstedt sind nur 800 Meter entfernt. Vom Schlemerweg kommen sie mit dem Auto zügig in die City sowie schnell über die B5 und Autobahn aus der Stadt heraus. Billstedt im Osten Hamburgs ist aufgrund seiner Lage und der noch günstigen Mietpreise als Stadtteil sehr beliebt. Entscheiden Sie sich für eine familienfreundliche Wohnung im Schlemerweg 15 in Hamburg-Billstedt. Dies ist ein Angebot der Siemas Grundbesitz und Beteiligungen GmbH.